Köln 50667, Marc nimmt Abschied Marc hat die Nase voll und dreht Köln 50667 fürs Erste den Rücken zu. Seit Wochen hoffen Fans nun schon auf ein liebes Comeback bei Marc und Jule. Für viele gelten die beiden einfach als das Köln 50667 Traumpaar schlechthin. Seit die Scheidungspapiere eingetruddelt sind und die beiden wieder miteinander reden, scheint ein Happy End zum Greifen nah, zumal sich die beiden sogar küssen. Doch dann wendet sich das Blatt. Zunächst ignoriert Marc Jule konsequent. Er ist verwirrt und hat ein schlechtes Gewissen seiner neuen alten Freundin Nina gegenüber. Immerhin ist er mit ihr zusammen und hat fremdgeknutscht. Verzweifelt stellt ihn Jule schließlich zur Rede und holt sich, mal wieder, eine Abfuhr ein. Als Marc später seinen Reisepass in DWG sucht, weil er mit Nina in den Urlaub fliegen will, trifft er erneut auf Jule. Sie sieht sich gerade ihr Hochzeitsvideo an, was auch Marc emotional stimmt. Köln 50667, Marc und Jule haben Sex. Schließlich können die beiden nicht anders, verzweifelt fallen sie übereinander her und verbringen die Nacht zusammen. Am nächsten Morgen ist von der trauten Zweisamkeit nichts mehr zu spüren, denn Marc nimmt Reis aus. Allerdings nicht, bevor er Jule erneut vor den Kopf stößt und ihr wütend entgegenschmettert, dass er seine Freundin betrogen hat. Jule weiß nicht mehr, wohin. Im Kühn sucht sie Trost bei Maike, der sie erklärt, am liebsten Köln verlassen zu wollen. Derweil trifft sich Marc mit Nina. Er will mit ihr reden, wird von dieser allerdings unterbrochen. Sie wisse, dass er mit ihr Schluss machen wolle, erklärt sie Wut entbrannt und stürmt von dann. Marc wird einmal mehr bewusst, dass er Abstand von dieser Dreiecksgeschichte braucht und entschließt sich schließlich, alleine nach Marokko zu fliegen. Und dann wird er mit ihr, dass er sich in der Nähe des Dreiecksgeschichte braucht und entschließt sich, dass er sich in der Nähe des Dreiecksgeschichte braucht und entschließt sich.